In der Aktuellen Stunde ist Dr. Hendrik Hoppenstedt von der CDU-CSU-Fraktion. Sehr geehrter Herr Präsident! Meine sehr geehrten Damen und Herren! Der Antrag der AfD, ausgelöst durch einen Angriff auf den AfD-Bundestagsabgeordneten Gottschalk am Rande des Parteitages in Hannover, befasst sich laut Titel ausschließlich mit linksextremen Straftaten. Zugleich schreibt der betroffene Abgeordnete in einem offenen Brief nachzulesen auf Facebook an den Bundestagspräsidenten, dass durch skandalöse Tatenlosigkeit der Regierung Angela Merkel AfD-Mitglieder an der Wahrnehmung ihrer grundgesetzlich garantierten Rechte gehindert, Funktionäre bedroht und körperlich angegangen werden bis hin zu schweren Verletzungen. Damit wird ein unmittelbarer Zusammenhang zwischen Regierungshandeln bzw. Unterlassen auf der einen Seite und der Straftat gegen Herrn Gottschalk auf der anderen Seite gezogen. Sie gestatten mir dazu fünf Bemerkungen. Schön, dass es Ihnen gefällt. Bemerkung 1. Gewalt darf niemals Mittel der politischen Auseinandersetzung sein. Politische Gewalt ist illegal, egal aus welcher Richtung sie kommt. Wer Gewalt als Mittel der politischen Auseinandersetzung nutzt, ist kriminell sonst nichts und gehört abgeurteilt. Insofern ist es selbstverständlich, dass ich den Angriff auf den Abgeordneten Kollegen Gottschalk hier Verurteile und gute Genesung wünsche. Bemerkung Nummer 2. Der AfD-Antrag erweckt den Eindruck, dass wir es nur mit linksextremistischen Straftätern zu tun hätten. Das ist so ähnlich wie bei der Linkspartei, die, wenn sie diesen Antrag in abgeänderter Form auch immer wieder stellt, sich nur mit den rechtsextremistischen Straftätern befasst. Ein Blick auf die Statistik der politisch motivierten Kriminalität des BKA im Jahre 2016 hilft, klarer zu sehen. Von den 1.643 Straftaten gegen Mandatsträger auf Kommunal-, Landes- und Bundesebene sind 151 Delikte durch Linksextreme, aber 696 Straftaten durch Rechtsextreme begangen worden. Das bedeutet, wir haben viermal mehr Straftaten von rechts als von links. Umso unverständlicher ist es, dass Sie als AfD in Ihrer Überschrift zu Ihrem Antrag die Straftaten der Rechten so um den Tisch haben fallen lassen. Ich hoffe sehr, dass das nicht auf irgendwelche wahlkampftaktischen Motive zurückzuführen ist. Bemerkung Nummer 3. Sie tun so, als ob nahezu ausschließlich nur AfD-Vertreter Opfern politisch motivierter Straftaten werden. Das ist in hohem Maße irreführend. Ich will nur einige Beispiele nennen. Es ist ja heute schon oft genug gemacht worden. Der Bürgermeister aus dem Sauerland, aus der Stadt Altena, Andreas Holstein, ist vor wenigen Wochen schwer verletzt worden. Frau Reker ist heute mehrfach sozusagen bemerkt worden. Aber ich möchte auch die Kollegin Müntefering aus Herne hier benennen, deren Autos, glaube ich, im Wahlkampf mehrfach gebrannt haben. Und deswegen gibt es keinen Grund, warum die AfD sich alleine als Opfer hochstilisiert. Andere sind genauso betroffen, was die Sache natürlich insgesamt nicht besser macht. Bemerkung Nummer 4. Die angebliche Tatenlosigkeit der Regierung Merkel sei Grund für die erfolgten Straftaten, schreibt der Abgeordnete Gottschalk in seinem offenen Brief an den Bundestagspräsidenten. Diese Aussage finde ich einigermaßen unverschämt. Im Bundestagswahlkampf habe ich beobachtet, dass von Ihren Ständen an die Passanten kleine Ausgaben des Grundgesetzes verteilt worden sind. Damit wollten Sie wahrscheinlich zum Ausdruck bringen, dass Sie in hohem Maße verfassungstreu sind. Möglicherweise wollten Sie auch zum Ausdruck bringen, dass das für die anderen Parteien nur eingegrenzt gilt. Ich will auf jeden Fall darauf hinweisen, dass es nicht verboten ist, Grundgesetztexte zu verteidigen, dass es nicht verboten ist, Grundgesetztexte zu verteilen. Aber es wäre schön, wenn Sie das gelegentlich auch mal lesen würden, was Sie da verteilen. Denn dann hätten Sie wissen müssen, von Artikel 1 Grundgesetz will ich jetzt gar nicht sprechen, dann hätten Sie wissen müssen, dass der Bund zwar über die allermeisten Gesetzgebungskompetenzen verfügt, dass aber im Hinblick auf den Gesetzesvollzug unsere föderale Ordnung nahezu ausschließlich die Bundesländer in der Pflicht sieht. Und genau darum geht es hier, um den Schutz einer Parteiveranstaltung und den daran teilnehmenden Delegierten. Das ist in allererster Linie nahezu ausschließlich Länderzuständigkeit, wie fast alles im Bereich der Länderzuständigkeit zu finden ist, was die Prävention, aber auch die Verfolgung von Straftaten mit sich bringt. Und das hat übrigens mit der Bundeskanzlerin auch wirklich gar nichts zu tun. Und das führt mich zu der fünften und auch letzten Bemerkung. Um potenzielle Straftäter abzuschrecken, benötigen wir schlagkräftige Sicherheitsbehörden. Wir als Union haben auf Initiative auch von Thomas de Maizière in den letzten Jahren tausende neue Stellen geschaffen. Und wir werden diesen Weg fortsetzen. Wir brauchen aber auch mehr Engagement der Länder. Das betrifft nicht nur die Aufstockung der Landespolizeien, sondern das beschrifft auch die personelle Stärkung der Justiz. Dieses Thema wird vielerorts immer noch stiefmütterlich behandelt. Denn die besten Aufklärungsarbeiten der Polizei nützen nichts, wenn die Justiz die Straftäter anschließend nicht aburteilt, sondern wegen Überlastung die Verfahren einstellt. Und das frustriert nicht nur die Polizisten, das schwächt vor allen Dingen das Vertrauen in unseren Rechtsstaat. Und deswegen ist es so wichtig, dass wir in dieser Wahlperiode mit den Ländern ins Gespräch kommen, damit es im Rahmen eines Paktes für Justiz zu signifikanten Verbesserungen kommt. Herzlichen Dank. Vielen Dank.